Warum kommt 1977 so viel? Dankeschön Spiel! Wenn ich das aufrechterhalten wächst, wächst mein Getreide aus. Sehr schön. Ich werde immer weniger. Warum? Die hat jetzt hier echt eine Brüge gebaut. Ich kann mir die auch mal ersetzen. Gottes Willens habe ich bei mir lauter gemacht. Puh! Was ist denn der unterschiedliche Deam? Der macht fast gleich. Nehmen wir hier die schickeren. Lebensmittel sofort ersetzen. Schauen wir mal, wenn der erste hier ankommt. Jetzt werden wir diese alten Fahrzeuge nicht mal wegkriegen. Ich muss das hier noch ein bisschen inebnen. Ähm... Zum Beispiel. Warum machst du nicht einfach so? Ja? Ist doch für das Auge viel angenehmer. Punkt Sache wieder kompliziert machen. Der nimmt eins auf. Vier... Nuh... Achso. Sieben. Plus machen tust du ja noch. Da kann ich dich ja schlecht irgendwie dazu verdonnern. Dass da ein anderer Lkw benutzt wird. So wie sieht es denn aus mit Treibstoff? Auf... Aha. Das wäre hier. Und hier wäre Rohöl. Das ist... Das ist ja... Ach du Heilige. Das ist ja fast schon eine Einladung. Würde ich mal sagen. Warum steht ihr hier alle? Sonst wenn ich jetzt hier die Busspur weg mache. So fahrt ihr so. Ja sehr schön. Seid mal so schlau. Oh ja. Linie 3. So gehen wir jetzt auch zu Linie 3. Linie 3. Linie 4. Linie 3. 3, 3, 3. Machen wir mal so viel Treier. Wo ist die Treier überhaupt? Die gehen da rüber. Und da drüben warten sie. Und da drüben. So ihr fahrt jetzt mal bitte wieder in die Richtung. Und nehmt dort die ganzen Leute auf. Und nehmt dort die ganzen Leute auf. So viele Treier brauche ich hier gar nicht. Ja. Das sind jetzt. Ne ich wollte gerade sagen, ob die alle wieder umgedreht haben. Das wäre ja Horror. Wieso warten die denn so lange? Hmm Hier stehen sie, und stehen sie, und stehen sie. Du heilige. Ach du. Was ist hier los? Leute, ihr sollt mit dem Bus fahren. Kein Wunder, dass Linie 4 kaum noch Gewinn macht. Mein Gott. Was ist das? Okay, hier oben. Hm. Machen wir mal, hier weg, hier weg. Und dann machen wir hier eine Haltestelle rein. Die ist dann für, für den 4er. Wir haben hier bitte nur 3 rumstehen. 3, 4. So, weil du fängst, wir nehmen mich hier an, und dann machen wir das weg. Aber das ist genau das, was ich eigentlich wollte, passiert. Und zwar, dass die sich an den Haltebuchten ausweichen. Oh man, wir könnten auch, wo ist der denn drin? Wir könnten natürlich auch mal, das hier verwenden. Aber das ist bloß so eine kleine Straße, also nein. Aber haben wir das noch irgendwo? Aber das ist ach du heilige. Hier haben wir es. Hier haben wir es. Wenn ihr da langfahren wollt, bitteschön. Oh, ihr dreht mir bitte um. Ne, nicht upgraden. Oh. Ja, aber auch ohne Busspur. Na. Ach. So. Jetzt mal draußen bellt, ein Hund. Ah. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr in der Aufnahme. So, ich wollte ja eigentlich, das hier anschließen. Dafür brauchen wir hier einmal ein Güte. Alter Hund. Dann brauche ich einmal das und dann brauche ich... Das geht nicht. Echt? Ich möchte gerade weg. Gerade. Ja, nein. Gerade. Gerade. Hier zum Aufladen. Hier zum Entladen. Ja, Moment, das ist jetzt ein bisschen doof. Dann machen wir hier hin zum B-Laden und machen wir hier hin zum Entladen. So, dann machen wir das so. So, mal gucken, wie das läuft und wie wir hier über die Straße kommen. Ja, dann mach es aber auf... Nein. Na, auf die Seite. Was drehst du da um? Das wird immer besser. Was machst du denn jetzt? Okay. Ja, was doch immer du vorhast. Ich weiß es nicht. Aber das kann man zumindest schon mal benennen, das ist nämlich... Ho... Ö... San... Ja... Hausen. 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 Jetzt müssen wir in die Industrie. hier gelangen. Das tun wir... Das tun wir einmal hier. und einmal hier. So, hier rein. Hier rüber. So, zurück. Das wäre dann Treibstoff. Ehm... Treibstoff. Sangerhausen. Was ist das jetzt für ein Hund, Mann? Hier hat noch nie ein Hund gebellt. Natürlich muss das Industriegebiet da ganz am Ende sein. Hallo, Hund ist gut. Hund. So, das ist... Ja, das ist nicht Linie 6, D, 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 D. Sondern, dass es Treibstoff... Groß-Bot war. Das ist falsch geschrieben. Denn Groß-Bot war schreibbar mit... Ja, das ist. So, setzen wir hier noch die Fahrzeuge drauf. So, da bräuchten wir einmal... Roh-Öl-Tanker. Roh-Öl. Roh-Öl. Auf der Roh-Öl-Linie. Und die Treibstoff... 6, 7, 8, 9, 10. Auf Treibstoff da. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auf Groß-Bot war. So. Mal schauen, wie das funktioniert. Damit ihr euch einpendelt... 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 Drehen wir natürlich ein paar um. eins des Chaos-Foros sagen die. ich merke jetzt schon, dass wir da umbauen müssen hier machen wir logischerweise noch das hier rein und ihr fahrt jetzt halt hinter den Bussen her, die können 65 ihr fahrt denen wahrscheinlich auf ok hier ist reinstes Chaos hier sind die ganzen Treibstoffe, Treibstoff, ist es wo Öl? die Linie 3 wird gewartet jetzt gibt es hier Stau, ich rasch aus so im Grunde klappt es aber wir liefern hier bloß noch nichts ab naja da kommt die ersten Fahrzeuge mit einem gut aber haben wir das hier nun auch vollendet ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder einschaltet bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag macht's gut bis dahin, tschüss 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 tschüss